Liebe Freunde, der Fachkräftemangel macht sich auch unter den Parapsychologen preis. Ja, Abteilung Geisterjäger. Kaum einer hat mehr Lust, sich hauptberuflich herumzuärgern und gestreckt dann mit Geistern und anderen häuslichen Stub. Und die Partys gibt, naja, die sind halt so überlastet, dass es immer wieder zu fatalen Federn kommt. Wie ihr vorhin gerade gesehen habt. Aber das wird sich ändern. Morgen, Herr Luschen! Also Leute, der letzte Einsatz, das war ja der totale Einfall. Das absolute Desaster. Wir haben eine Zivilistin eingesangt. Das darfst einfach nicht geben. Kann ja bald passieren. Aber nicht bei uns, bei den ganzen Jägern. Deshalb jetzt Training, Training, Training. Jawohl! Schön! Jawohl, was? Ausdruck, oder was? Jawohl, schön! Jawohl! Also, wir üben jetzt Freund-Feind-Erkennung. Ich zeige euch eine kumpelige Gestalt. Und ihr Armleuchter sagt mir dann, was das für ein Geist ist. Jawohl, schön! Jawohl, schön! Und ich frage euch eins. Gebt euch Mühe, sonst platzt mir jede Art. Und dann fangt's scheiße. Ersten Geist ab. So, ihr Lustschrepp, was ist das? Ich glaube, das war ein Geisterfahrer. Ein Geisterfahrer? Genau, Sie sind ein Genie. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Sie mit Ihrem freien Kopf da. Ja, haben wir noch einen. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, er wird alle verbläht. Und, hat jemand eine Idee? Können wir das vielleicht so ein heiliger Geist gewesen sein? Halleluja! Und also, der heilige Geist! Jesus, Maria und Josef, dass ich das noch erleben darf. Sie sind ja wirklich brillant. Alle haben schlitten auf Schwert und Fragen. So, wer von euch weiß, was das für ein Schnuckelchen ist? Das sieht aus wie der Mütterreif von der Nuschgeschmache. Falsch, falsch, falsch. Ihr Horis, das ist unser Harald, unser beliebter Schöngeist. So, aber ich habe ja noch einen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein zacken Schwerer. Geist, Klosterfrau, Klosterfrau Milisten, kein Klosterfrau Milisten. Geist, ja, der ist ja krank, ruhig bin ich. Aber eigentlich haben wir noch, der kommt noch ganz schwer jetzt hier aus. Sacken! Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Und wenn ich Marsch, Marsch sage, dann sind Arme und Beine gleichmäßig portierende Scheiben. Bis zum nächsten Mal. Sacken! Ein ganz normaler Tag im Kanzleramt. 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 Ein ganz normaler Tag im Kanzleramt.